hallo und willkommen zu einer neuen neo analyse hatten wir jetzt schon ein paar mal auf diesem kanal analysiert und die struktur hat sich eigentlich seit dem ersten mal ich meine das erste mal wurde neo hier analysiert im februar anfang februar und er lief ja entsprechend auch den erwartungen in diese unterstützungsbeziehungsweise trendwende zone hinein die ja definiert ist zwischen 1,92 und 5,63 ich hatte damals schon gesagt dass diese struktur normalerweise würde ich das 88 7 retracement nicht unbedingt mit reinnehmen weil es eigentlich zu tief ist für eine ideale rücksetzer struktur beziehungsweise was ja entsprechend eine welle 2 wäre da wir es aber ja bei diesem chart ganz eindeutig nicht mit einer 1,2 struktur zu tun haben sondern nur mit einer ab struktur muss man immer wenig mehr raum lassen denn eine b welle kann tiefer laufen kann muss nicht b wellen können auch nach unten überschießen aber das wäre in diesem fall nicht sinnvoll beziehungsweise auch nicht erwartet also dann wird es dann wäre dieses setup dahin ja so oder so ist es ja so dass wir hier anfangs eine dreiteilige struktur nach oben hatten das sieht man relativ deutlich hier wenn man sich den tageschart anschaut haben nämlich eine a b und dann fünf wellen nach oben in der c dann haben wir hier diese a b c nach unten und die kann sich halt noch etwas weiter nach unten ausdehnen beziehungsweise noch etwas weiter runterlaufen wer allerdings schon in dieser unterstützungszone die ersten positionen hinterlegt hat was man ja machen kann entsprechend dieser struktur wäre vermutlich schon im gewinn wenn man rein skaliert hat denn dann liegt der durchschnittspreis ja nicht hier oben sondern vermutlich irgendwo hier in der mitte jetzt ja muss jeder selber wissen bis jetzt wenn wir uns die mikrostruktur anschauen erlaubt der chart noch ein zwei weitere tiefpunkte das muss nicht so sein aber deswegen 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 tracken wir ja die mikrostruktur wir tracken sie da wird durch diese mikrostruktur eben die relevanten widerstände bekommen so und einmal übergeordnet als ab struktur haben wir diesen trend wende bereich da wollen wir gerne die wände sehen man kann jetzt auch die mikrostruktur komplett rausnehmen man sollte sich eigentlich immer nur an die niveaus halten aber von den mikrostrukturen bekommen wir ja die widerstände aktuell sagt mir die mikrostruktur wenn wir sagen okay hatten hier ein a welle top dann fünf wählen nach unten in der a der übergeordneten b dann war das eine b welle rally als flat struktur und wir kommen jetzt runter in der c dass er eigentlich noch ein zwei weitere tiefs machen könnte und das heißt wir bekommen eigentlich zwei widerstände das heißt einmal was mir nicht so gut gefällt ist die idee dass das jetzt schon die vier ist hier aber kann sein und dann käme als nächstes halt die fünf nach unten und wie gesagt das hier wäre jetzt so noch innerhalb dieser unterstützungszone noch mal so ein idealer zielbereich da schauen wir mal ob er dann auch überhaupt hinkommt er hat ja jetzt noch nicht mal ein hoch rausgenommen also als nächstes wenn wir jetzt nur mal strukturell uns diesen chart anschauen wer ist jetzt als nächster hinweis dass ein boden ausgebildet wurde in dieser definierten unterstützungszone dass er hier drüber läuft das wäre jetzt ein struktureller widerstand da soll er drüber laufen ja und dieses niveau liegt eben bei 6 dollar 40 ok also da sondern drüber laufen und wenn er das macht es kann sein dass er hier so ein sogenanntes inverses schulterkopf schulter muster ausbaut das sind strukturen die ich normalerweise selber jetzt nicht nutze aber es ist halt was was man beobachten kann okay das wäre halt ein reverse signal und dann könnte er dann zum nächsten widerstand laufen definiert bei 9 dollar 60 das sind jetzt erstmal die strukturellen widerstände die erhöhen natürlich schon mal in gewisser weise die wahrscheinlichkeit dass ein boden drin ist allerdings was mir wichtiger ist das sind die fibonacci widerstände denn ich kann jetzt anhand dieser struktur eben definieren was die relevanten widerstände sind und die liegen zwischen 5 dollar 88 und 7 dollar 77 ist jetzt gar nicht so wichtig was hier unten die widerstände sind eher die 7 dollar 77 weil wenn er darüber läuft erhöht sich schon auch von fibonacci oder elliot wave seite die wahrscheinlichkeit dass der boden drin ist denn es ist allein schon so wenn das hier eine welle 4 ist denn es wäre ja sowieso eine diagonale ist ja kein impuls hier nach unten sondern wenn das eine diagonale ist dann soll die vier schon mal nicht über die 6 dollar 60 laufen okay selbst wenn er das macht könnte ich überlegen naja wenn es eine diagonale ist vielleicht läuft die drei noch das eine a b c der drei und dann soll aber die b weil er nicht über die 7 dollar 77 eigentlich laufen und so kann man das jetzt dann sich anschauen und wenn er dann ja wenn er über den widerstand läuft das wäre halt jetzt für die bullen ideal und dann einen rücksetzer macht und ein höheres tief hält dann ist der boden drin würde ich sagen jetzt ist noch alles ein bisschen früh ich wollte mal an die widerstände wollte ich die wollte ich kommunizieren dass man die auf dem schirm hat 5,88 6,60 7,77 sind die fibonacci widerstände ein bruch darüber insbesondere dann auch noch ein bruch über die 9,60 und der boden ist wahrscheinlich drin wenn er dann noch ein höheres tief hält dann können wir dann wiederum von einem sogenannten one two setup sprechen aber soweit muss man nicht in die zukunft schauen weil wir sind ja aktuell noch in einer größeren unterstützungszone das heißt von hier kann er dann ja wenn das alles soweit läuft und er auch hier tatsächlich die wände durchführt wie gesagt man kann aktuell ein weiteres tief nicht ausschließen dann soll er in der c welle nachher nach oben laufen und dann so in den bereich hier einer 100 prozent extension der welle a da sprechen wir über das können wir gerade mal bemessen nehmen die länge der a gehen zum tief mal der aktuellen b er kann wie gesagt noch ein bisschen runter laufen das macht dann natürlich nachher was aus aber das ist jetzt halt noch nicht wirklich definierbar aber vielleicht die 200 dollar das ist natürlich weit weg ja das wäre so ein ideal ziel für so eine c welle der kann auch dann weiter extendieren das werden wir aber nicht wissen bis wir da über die relevanten widerstände laufen und dann auch etwas mehr von der unterstruktur sehen wenn wir wie in weiß dargestellt dann nachher die erste größere eins haben und die erste größere zwei das wird aber dauern dann kann man anhand dieser daten die gesamte länge der drei berechnen unterstützungen für die vier bereits und ein mögliches ziel für die fünf und das ist halt das was uns dann noch mal weitere klarheit und ja einen ausblick gibt für die weitere preisentwicklung von nio das war es zu nio heute ich hoffe euch hat das video gefallen wenn dem so ist bitte ein like da lassen aber unten kommentar und joa ansonsten habt ein schönes wochenende bis dann tschau tschau